Hallo, herzlich willkommen zurück Oh nein, oh nein, oh nein Ich habe kein Leben mehr Ah, rettetisch Warte, warte, warte Und... Wir haben ein chromatisches Material gefunden Chromatische Operation Ich habe kein Leben mehr Ja, vor dir liegt heilung Nimm heilung Oh fuck Oh fuck Du lebst noch, oder bist du schon tot? Ich lebe noch, aber das Geht nicht mehr an Auf jeden Fall, jetzt getriggert Okay Schön, ein noch ein Glück Neue Sekundärwerfer gefunden Eine Scharotflinte Eine Scharotflinte Jo Kommen wir jetzt Wir haben die Aufnahme jetzt gestartet Aber vor lauter Dingen habe ich Jetzt gar nicht so Oh du ist nicht mehr so lebendig Also ich kümmere mich ums Triggern Ja, danke Äh, jetzt bin ich da Hallo Komm her zurück Ich habe gedacht Ich habe gedacht Äh, ja Schmidi ist neben mir Ja, war er ja auch Ich lag ja da Das war okay Hat halt sehr wenig Aber ich wollte sogar nicht Hat mich überzeugt Vor allem du musst halt warten bis Ich meine das ist okay Ich glaube nicht Ich glaube du musst nicht warten Du kannst du schon Ja du kannst auch doch Du siehst auch die Präzision Du wirst präziser Je länger du warst Was meinst du? Ja, ja, das hier Da sind sie Alle Das sieht doch hier aber nicht aus Ihr dürft euch gerne später bedanken Kein Problem Das ist ein big boy Oh fuck Big boy, dead boy Dead boy Dead boy hat aber keine Waffe fallen Lust, oder? Ich glaube nicht Aber level ups Das heißt ich kann hier wieder Fertigkeiten Ah, da liegt ne Waffe Jejeje Dread Ich will Dread Was ist Dread? Dread Kann ich nicht tragen Ich glaube die kriegt ja jeder Warum kann man die nicht tragen? Hm Ich kann die tragen Ah Weil ich die Hä? Okay Ich habe sie anscheinend auch irgendwie ausgerüstet Keine Ahnung Okay, erstmal Fertigkeiten Was brauche ich denn? Tykodos Noch mehr nachladen Noch mehr nachladen Kritische Treffer werden ganz geil Energiekapazität Ne Bisschen vital, glaube ich So So Weil die Dread hat gar keine Munition Die hat 45 Dann ist es bei mir verpackt Ah, die Anzeige ist verpackt Okay Okay Verstehe Okay Okay Vielleicht auch noch einen zweiten Dread Dritten Dread Wie viele Dreads wollt du? Hä? Äh Äh Ich meine jetzt die chromatischen Abortationen Hier 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 krummen Menschen Hier 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 Ohohohohoh Ich seh ich genau eventuell habe ich mich kaputt haben lassen weil ich dachte einer von euch steht neben mir es war keiner von euch und danke dir links ist gegner und du hast begleitung ist der typ hier bei mir stand gerade drücke controller b wird schwierig an der tastatur kannst du mal ein bild drücken nur die taste b aber das macht nix wir sind nicht ganz ums geht haben wir nicht alle vier schuss ein muslim eine führung und da kommen wieder gegner ich habe ihn gefunden aber man kann die rakete aber relativ gut deutschen die das sind soviel dazu ich habe ihn aber getötet aber der letzte jetzt wollen sie wahrscheinlich wieder zurück zum treffen treffpunkt ist hier und hier hier und hier hier und hier oh da kann er Heilung kaufen Ja. Geht durch draußen Heilung. Wir hatten heute zu weit. Meier. Let's go. Es wird schießen oder es wird echt geil. Es wird schon. Schießen. Da ist sie. Wartig. Ähm. Ich bin hier oben. Die Haut klappt. Wie Schlappohren aussehen. So. Die waren ja süßig. Oh ja. Das hat ja so viel mehr als mein Handwerker Rucksack. Äh. Nie mehr? Ne. Aber so. Hallo. Holy shit. Warte. Was haben wir gekriegt? Nein, wässt du. Ja. 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 Körpers sie geht hier Prozent 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 und für das Komplett die und auf der Kölfer aber für die und die Geräusche Bruder und Kaufen Geld ne p die Kälte die Mühle was gehe ich denn rein ich weiß nicht ich habe präzision mittlerweile auf 12 und sieben in handling die gleiche gleich sehr wie ich komme nicht so hoch ich habe halt nichts anderes investiert waffenhandling und zählen da sind alle meine punkte was könnte ich dir jetzt noch nehmen würde aber schon ist ein paar kaufen und seine gibt wir brauchen dich und ein sinnvoll mörd und tumult jetzt jetzt kommen die falsche richtung wir müssen ganz nach hause wir können vielleicht die mitruppe nissen wenn wir herausfinden was ist es für ein zeichen das ist das m auf der karte das rote aber wir hatten bisher doch auch kein erfolg damit wahrscheinlich muss man die erst irgendwie freischalten ich lauf trotzdem mal hin ich will echt wissen wie es passieren oder muss los was ja 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 Höhöhöhöhöh geschützt geschützt ja ich glaube ich habe das gefunden was du gefunden hast ja die machten mich auch nicht aber hoffentlich sind die besitzten ich hoffe ich komme zu euch so hoffentlich bei mir und besorgen wie kommt man da runter hast du schon das richtige ausgebild da wurde grüne punkt war also ja sie liebt mit ihm okay das ist zeichen anscheinend müssen alle da sein oder der hausland zu mal gucken ob ich jetzt nur noch verkaufen kann die falsche die duplikate verkaufen wird drauf um die karte verkaufen sieben bis zurück er hat mich geboten ich darf keine waffe kaufen wir müssen hier mit mir hin nehmen wir müssen zur türe die ein zweiter ist aber wollen wir wissen was hier drin ist okay müssen wir wollen dem boss irgendwas ach so was für mich hingeportet weil es kannst ja weil wir einfach nur durch die tür gehen wir haben irgendwie die falsche verkaufen kann ich jetzt auch noch doppelt verkaufen ich habe schon wieder eine neue rüstung bekommen mit dem doppelten verkaufen verkaufen und rechts wenn du irgendwas verkaufen möchtest einfach drücken ich habe ich habe ich habe das sollte ihnen ein spell kaufen weil ich meinen anderen verkauft ja rüstung ist ok waffen 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 ja 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 ich dachte eher an die spells ach die anderen spells die spells das ich seitdem was ist ja ich bin auf der falschen Ebene dafür oder ja crafting crafting ist auch nicht röcheln wollte ich weiß nicht mal wo mein job ist ist das cyber verkaufen nur ich bin immer noch nicht ganz richtig die karte verkaufen da ist der ganz job ich wollte gar nicht zu werden hier taktisch du willst zu mir für den spells die spells sind die taktik das ist der blaue da passt ich war gerade bei den taktik granaten das ist nicht was ich die taktik granaten doch die granaten sind die taktischen ja aber ich suche doch ein spell und nicht kann das sind die spells das andere kannst du gar nicht aussehen das andere sind von uns aber gibt es auch schon für die spells meinst du die augmentation ist das ist ja gute frage vielleicht ist das beim dns zeichen da ist kraften kraften ist ich habe keine ahnung ich weiß nicht mal auf welcher ebene bedienen das ist alles großes ist egal vielleicht ist hier der shop dafür Und hier ist auch noch mal ein Schocker. Bartender? Ah, da sind wir rund hier wieder. Wir haben keinen. Sorry, kommt zu spät. Okay. Okay. Oh. Okay. If someone wanted to cripple our cluster, they couldn't have done a better job. I need you to get these people back. Not for their sake, but for ours. You're gonna need help infiltrating the security systems. And I might have a lead for you. There's a quiche. Yeah, I know. But he's a mean ice cracker. A real net sage. I've employed his services once before. Unfortunately, it didn't end well. And I... I might have screwed him over. A bit. Needless to say, he's not accepting my pings. So it's gonna have to be face to face. And I'm done leaving the office. I've learned that he set up shop in Black Lake Towers. Where they had the flood. That's what I have cost me a good sum. What more do you want to know? We need those people back pronto. I didn't think I'd be showering in urine ever again. If you fix the WMD. But it's seen the golden shower. Whatever that means. We need those people back pronto. Go get em. That's how it's done with the first match. No, I didn't. No, I didn't. A tender. Cell collected bounties. We have no bounties. We have no bounties. We have no bounties. We have no bounties. Let's go get them out. Let's go get them out. Let's go get them out. Metro. Bevor wir die Metro fahren, müssen wir erst mal die DNS finden. Ah,いや ich die DNS. Die 不信心. Die Paas bestrillene. That where. Uh. Den kaufen können. Die Upgrades. Ich hab'uto. Ach f Come on. Ich hab'そ fertes. Sonst kaufe ich heute ne Waffe. es gibt irgendwo einen aufzug nach ganz unten bei mir wenn du bei mir in der nähe bist ist das doch hier hier kannst du dir alle fertigkeiten zurücksetzen 25k augmentation da sind sie lente augments da ich würde was kaufen ach so da jetzt doch hier ich kann verkaufen wie zum dritten mal schon meine duplikate außer ich kann sein dass ich die bestätigen sie sehen so ausgegraut aus welche implementations die oberen bühne aber da ist auch irgendwie nichts besonders spannendes bei war das mit dem projekt jeden fall langsam hat sich ganz cool an aber es ist halt mega teuer projekt titel von den hyperfokus wie verkaufe ich sachen und du hast einen zweiten tab daneben verkaufen ja wirklich drauf aber er macht es nicht ja nee du musst schon auf die subkategorien taktisch und so weiter siehst du ja ich habe meine waffen ich drücke auf duplikate alle duplikate verkaufen aber er macht ja eh und dann sollte es eigentlich tun dann sollte ich prompten wenn du eh drückst dann sag ich ja aber vielleicht hast du auch gar keine mehr wie viel geld hast du ich sehe ich hier vor mir ich habe vier psws 10 p1 und zwei tumpflinten wenn ich auf alle verkaufen drücke wirklich ja dann habe ich alle verkauft außer eine von jeder aber wenn ich aus dem top wieder rein und raus gehe sind alle wieder da unendlich mal geld ach so das funktioniert auch noch jetzt habe ich 25 9 und jetzt verkaufen nee ich glaube da verkauft es einfach nicht aber ich weiß nicht wie ich das bestätige denn es gibt ja kein bestätigen knopf ich habe jetzt eine neue piste geholt die war mir nichts nicht so zuhören auch koffing da bist du ja es gibt 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 ja hier sind die verbesserungen dps schadensart feuer modus denn es lohnt es sich direkt zu upgraden weil ich mag die dread man kann was nur können das ist das crafting symbol und diese die hammer der ist direkt neben den augmentation dafür brauchst du diese normalen komponenten die mir überall finden aber es irgendwie nicht viel weil ich habe jetzt die dread die macht sieben bis elf schaden ein upgrade mache ich sieben bis zwölf schaden dann ja fast nix die dps geht um elf hoch ja da musst du wohl ein bisschen mehr rein button dass das geld ich fange mal an mit der dread ich mache einmal danach macht davon acht bis 13 da geht noch mal die dps hoch macht es immer ein glaube ich jetzt meine goliath war auch mag ihr verbessert warte es kann sein dass die diese gut haben von uns sind dass die geteilt sind dann habe ich noch auf losgegeben oder ich ich weiß nicht weil die tage ging darunter mit lassen du ich habe 1 ich auch das gekauft habe was ist wie groß komm mal hier neben höhe nebenzu kommt zum metro da wollte ich sein wir wollen rausfinden ob ich eventuell alle unsere upgrades ausgegeben haben und ich auch wissen falls ja wissen wir der rest geht auf ihn ich bin ich bin ich bin ich bin auch frag ich ich gehst zu einer mission okay dann kommen wir zu der mission und wir gucken ein anderes mal aber ich guck mal lieber nach nicht dass die mission und wieder komplett zerfetzt die mission ist irgendwo wie eine andere gefühlt außer dass die haupt quest die mission zu der du läuft was die haupt quest alles ist sie aber jetzt löst du zurück ja das ist klar ich wollte ich zu euch laufen ja gut dann komm mit dann überprüfen wir das jetzt red mal mit dem hammer der ist hier auf der ebene hier red mal mit dem da und sagt uns wie viel währung da steht das muss ich dann auf laden oder ja wie viel hast du an währung wo wir gut haben oder wo ist ja ich habe sie ja dann sind die individuell ok 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 gut zu wissen wir beide wohl ein bisschen geld ausgegeben ok metro glaube ich kann man gar nicht fahren weil das ist da waren wir möglicherweise noch nie genau auf der karte ist ja auch in den entdeckten gebiet ok dann müssen wir das machen wir in der nächsten folge boi like und subscribe und so und ringelt die bell und glocke die 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 notification und ich weiß nicht wie das alles heißt ich gehe mal auf den ipad dann sieht sich bis zum nächsten mal tschüss bye